Hallo Freunde, wir wollen euch heute mal von GastroBug den Design Eisschäfer vorstellen. Wir packen ihn gleich mal aus und zeigen euch was da alles mit dabei ist. Ist eigentlich nicht viel zu beachten. Es ist nur eine Maschine und ein bisschen Kleinteile. Mal gucken. Aber wunderschön. Sieht der nicht edel aus? Ja, alle Maschinen von GastroBug sind eigentlich schick. Also da gibt es nicht zu meckern. Die sind alle toll gemacht. Die sehen toll aus und funktionieren auch alle bis jetzt. Klasse, was wir ausprobiert haben. Und diese Eismaschine hier, das ist für Slush-Eis, Kratzeis. Da kann man Cocktails machen, Besserts mitmachen. Wir probieren das alles mal aus. Und da muss man sich zuerst mal Eis einfrieren. Aber erst mal muss man sich auch das Eis fertig machen. Und dafür gibt es hier so einen kleinen Behälter. Steht da jetzt mal drauf, wieviel Milliliter drin sind. Muss ich mal proben. Ihr habt da natürlich auch eine Anleitung dazu. Da ist gar nicht so viel zu beachten. Diese Behälter hier, die haben 200 Milliliter Inhalt. Und ihr könnt da alles mögliche einfrieren, was flüssig ist. Von Säften über Kaffee, Eisschokolade. Ihr könnt euch da selber Eis mixen, wie ihr das Eis auch macht für so eine andere Eismaschine mit Kompressor dran. Das muss halt nur, also über Nacht oder 24 Stunden vorher eingefroren werden. Wir machen uns da einfach mal ein paar Eissorten und zeigen euch das. Wir machen uns dann jetzt erstmal ein Mango-Eis. Also wie gesagt, erst mal vorbereiten und dann einfrieren. Ich mache jetzt erst mal, freischnauze, meine ja, meine Mischung. Aber nach wie weit? Ja, ich muss ja alles irgendwie ein bisschen abwiegen, damit ich weiß, wieviel ich da rein gemacht habe. Und da müssen wir gucken, wieviel in so eine Becher hier dann eben reinpasst. Also ich wollte eigentlich immer zwei Becher machen. Und da müssen wir jetzt gucken. Wenn da 200 Milliliter reingehen, wieviel Gramm sind das, wenn du jetzt abwiegen willst. Und in Milliliter abwiegen, wieviel das jetzt hier ist, das müsste man dann erst porieren. Also muss man sich das ein bisschen ausprobieren oder wir probieren es aus und ihr könnt es ja dann einfach nachmachen. Ich mache jetzt hier erstmal 150 Gramm von dieser gezuckerten Kondensmilch rein. Dann mache ich da auch noch mal 150 Milliliter oder Gramm an Milch rein. Und jetzt Mango, die schneide ich mir klein und mache mir die dann da auch rein. Ich mache mir dann jetzt hier Mango-Stückchen rein. Das wird ja sowieso gemixt, also braucht das ja gar nicht so klein sein. Ich habe mir gedacht Mango hat einen Stein. Ist ja auch. Ich habe am Stein daneben vorbeigeschnitten. Du bist ja raffiniert eingefädelt. So, jetzt mache ich erstmal was rein. So, das Ganze wird dann jetzt gemixt. Ich habe jetzt 100 Gramm Mango rein gemacht. Das wird jetzt richtig schön fein püriert. So, jetzt haben wir hier so ein ganz feines. Ja, Mousse ist jetzt nicht. Mousse oder sowas ist das nicht. Das ist jetzt so eine feine Flüssigkeit. Und das können wir dann jetzt einfrieren in die Becher hier. Mal gucken, wieviel wir damit voll kriegen. Schnuppern tut die sind fast gut. Riecht schon nach Mango. So sollte die auch sein. Na gut, wenn wir voll machen, kriegen wir zwei Becher voll. Reicht. Reicht erstmal. So, jetzt müssen die Becher schön zu gemacht werden und dann auch so waagerecht eingefroren werden, dass die nicht schief oder so kippeln. Wir zeigen euch dann erstmal, wie das Gerät jetzt aufgebaut ist. Wir haben jetzt hier so einen Behälter dran, wo das gefrorene Eis, wir haben hier schon mal gefrorenes Eis dann reinkommt. Hier unten ist die Klinge dran. Wenn man das hier rausnimmt, sieht man da die Klinge. Warte, warte, jetzt zeig mal. Die Klinge hier unten, wo das Eis mit geschnitten wird. Hier kann man einstellen, ob man das jetzt kleiner, also feiner geschnitten haben will oder grober geschnitten haben will. Das ist angemalt. Dieses Ding muss immer rein. Und hier unten drinnen, muss ich mal so ein bisschen hinlegen, hier ist das Teil, wo man das Eis mit festhält. Das dreht man mit diesem Rädchen hier an der Seite. Sieht man das jetzt, dass das drunter gefahren wird. Damit stellst du das Eis fest in dieser Dose hier. Mehr ist eigentlich gar nicht zu beachten. Und dann hat man hier den An- und Aus Knopf, den man so lange drücken muss, wie man das Eis schneiden möchte. Also muss man dabei bleiben. Ja, wegrennt es nicht. Das sind 200 Milliliter. Na los, zeig uns wie es geht. So, wir machen uns jetzt das Eis hier rein. Also dieses Teil muss da immer rein. Dann haben wir uns ja hier das Mango-Eis eingefroren. Das muss man sich jetzt erstmal kurz erwärmen. Ich lasse da kurz mal Wasser drauflaufen. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ein bisschen warm mit Wasser drüberlaufen lassen. Man kann es aber auch, was weiß ich, zehn Minuten stehen lassen. Oder mit der Hand anwärmen. Das geht auch. Das hat mir zu lange gedauert. Und dann kann man das hier so, ist doch eben draußen rausgeflüchtet, einpflücken lassen. Eben war es noch raus. Hat es wieder drin geschoben. Hat sie wieder abgekühlt. Hat es wieder drin geschoben. So, jetzt ist das Eis da drin. Dann schiebt man das hier unten, sind dann zwei so eine Rillen hier, sieht man die. Da kann man das rein schieben. So, jetzt das runterdrehen im Uhrzeigersinn heißt runterdrehen. Ich muss mir das, glaube ich, mal anmalen. So, und wenn das nicht mehr weiter runter geht, ist das justiert mit den Zacken, die da so drin sind. Dann in Strom stöpseln. Das Kabel ist leider bloß 80 cm. Also das ist nicht lang. Ihr braucht dann entweder ein Verlängerungskabel. Aber eigentlich soll man es in die Wand drin stöpseln, in so eine Steckdose am besten. Da habe ich aber alle zu mir gebaut. So, jetzt hat man das Problem, jetzt muss man hier einen Becher drunter kriegen, den man voll machen kann. Jetzt weiß ich nicht, ob das schon mal geht. Ich probiere es einfach mal. Dann muss man halt den Becher ein bisschen drehen. Man kann auch diese kleinen Becher erstmal nehmen, um das da reinfallen zu lassen, weil das eben richtig passt. Ist das cool. Ich kippe das jetzt einfach mal in so einen größeren Becher rein. Fertig. Schon fertig. Ja, alle. Dann hört das automatisch auf. Ja. Kurz bevor diese ollen Spikes zu dem Messer kommen, hört das auf. Ja. Jetzt muss man das wieder hochdrehen, damit man es rausnehmen kann und das nächste reinmachen kann. Ist ja cool. Also ist nicht viel drin geblieben. Ein bisschen bleibt immer drin, damit die Spikes nicht an das Messer kommen. Ja. Ich kippe jetzt einfach aus. Mach das nächste rein. Ja, lass uns ja auch mal kosten. Oder wollen wir denn noch? Willst du das andere alles verarbeiten? Ja, alles. Ich glaube, da muss noch jeden Becher. Eigentlich reicht das ja auch für uns. Na, wir sind doch nur zwei kleine Leute. Ja. So. Das kann man jetzt unter fließendem warmen Wasser, nicht heißem Wasser, sondern warmen Wasser ausspülen, alles sauber machen und dann ist das Gerät wieder sauber. Hiervon mache ich jetzt auch das restliche Eis ab. Das soll man auch runterdrehen, wenn das jetzt aus ist. Immer schön aus der Steckdose rausziehen, runterrollern und dann im Uhrzeigersinn nach unten drehen. Dann kann man das Teil hier nämlich auch mit abwaschen. Das mache ich erstmal schnell sauber. Oh, wird das Eis ja weich. Also wer jetzt sich ein größeres Eis macht, der kann natürlich so einen großen Becher hier nehmen. Ich teile uns das jetzt hier so in kleine Schalen. Oh, wir wollen ja noch ein bisschen mehr probieren. In kleine Schalen. Dann habe ich mir noch Mangostückchen geschnitten wieder. Das kommt dann hier einfach da so oben noch mit drauf. Das soll richtig schön fruchtig sein. Das ist das Schöne an diesem Eis. Fruchtig. Ihr könnt ja einfach auch Mangosaft einfrieren. Das muss jetzt nicht, wie ich es gemacht habe, mit Milch und so sein. Wir haben jetzt hier Mangostückchen. Dann machen wir uns ein bisschen Sahne drauf. Dann kann man sich Schokostückchen oder sowas drauf machen oder Schokokekse oder ich habe hier immer mal so ein bisschen geriebene Oreo-Kekse. Also zermahlende Oreo-Kekse, die man dann so hier schön drauf streuen kann. Für mein anderes Eis schon immer habe ich das immer im Haus. Die zermahle ich mir immer mal. Wenn das Glas alle ist, mache ich wieder neue. Und dann noch ein bisschen Schokosoße. Und dann ist das Eis fertig. Sieht das nicht cool aus? Ja. So. So. Und irgendwann haben wir uns mal so kleine Schippen gekauft als Löffel bei Temu irgendwo. Und wir werden jetzt das Eis in uns reinschippen. Schaufeln. Reinschaufeln. So. Das muss ich jetzt probieren. Ich habe es ja auch noch nie gegessen. Achso. Und ich muss hier mal gucken. Hm. Hm. Leute. Das ist lecker, wa? Ja. Ja. Tja. Wir gehen dann jetzt Eis essen erstmal. Ihr könnt da jetzt auch Eiswürfel rein machen. Und die hier reinschieben. Ich habe das jetzt wieder hochgerollert. Reinschieben. Wieder festdrehen. Die Stellschraube so stellen, dass man kleine oder große Flocken kriegt, wie man haben möchte. Und dann kann man sich das nämlich für irgendein Getränk clean haxeln lassen. Machen wir jetzt mal. Wunderbar. So. Dann rein ins Eis. Äh, ins Getränk. So. Und jetzt hat man hier so Eis drin. Perfekt. Cool. Cocktails. Ja, für Cocktails und sowas. Hier habe ich dann jetzt mal Schokoladeneis gemacht. Da habe ich jetzt 200 Gramm gezuckerte Kondensmilch und 200 Gramm Milch dazu gemacht. Und einen Esslöffel Kakao. Und das dann eben schön vermischt und dann eingefroren. Und das muss man jetzt hier auch wieder in den Behälter hier reinmachen. Guck, damit ich das schon hier noch aufgetaut habe. Und zwar mit Wasser drüber. So, wenn es ein bisschen angetaut ist, dann eben Flutschnitt leichter wieder reinschieben. Ich nehme jetzt gerne den Becher hier zum drunter stellen, weil man braucht immer ein Ding, was da drunter passt. Jetzt wieder fest schrauben, runter drehen. So. Und Rostbänder. So. Dann das Eis wieder in den Eisbecher tun und dekorieren. Wir dekorieren jetzt mal wieder mit ein bisschen Sahne. Ein bisschen Sahne. Dann haben wir hier diese gemahlenen kleinen Kekse. Krümel da drüber. Und dann habe ich noch eine Oreo-Kekse. Hier habe ich noch frische kleine Oreo-Kekse oder Schoko-Kekse eben. Die kommen da noch mit drauf. Oh. Cool. Und ein bisschen Schoko-Soße. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und dann ist das erste Eis fertig. Perfekt. So. Lecker. Ihr könnt euch auch einen ganz leckeren Eiskaffee damit machen und vor allem mal umgedreht. Also ich habe jetzt hier einen kalten Kaffee und raspel mir jetzt einfach gefrorene Milch mit Zucker. Da kann man sich diese geraspelte Milch einfach in den kalten Kaffee reinmachen. Und hat dann Eiskaffee, weil das ja jetzt hier praktisch Eismilch ist. Eischokolade wollte ich gerade sagen. Eismilch ist. Das fröhlt ich ja. Ja. Ein bisschen Sahne drauf. Na. Das schütteln sollte man nicht vergessen. Ein bisschen Sahne drauf. Ein bisschen Karamell oder Schoko-Soße. Ein bisschen Karamellsoße drauf. So. Und schon hat man einen ganz leckeren Eiskaffee. So ihr Lieben, das sind jetzt richtig tolle Sachen, die man damit machen kann. Ihr habt ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt ja auch noch Säfte einfrieren. Einfach nur Wasser einfrieren. Hat man ja gezeigt. Und ist eine coole Möglichkeit damit was zu zaubern. Leider sind die Becher nur 200 Milliliter. Also ihr müsst dann immer die Becher wieder austauschen. Neue reinmachen. Aber für zwei Personen reicht das eigentlich völlig aus. Für eine größere Familie ist das ein bisschen klein. Aber ansonsten macht es Spaß damit ein bisschen rum zu experimentieren. Schaut euch das auf der Seite mal an. Ich verlinke euch das am besten, damit ihr da mal in den Shop reinschauen könnt. In diesem Sinne bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und tollsten Sachen, die wir finden oder machen. Und das gehört denen das ist, dass wir die kurzen Sachen. Das ist das mit einem anderen. Und das wird dann. Vielen Dank.